Willkommen und Willkommen und Willkommen wir bei Liberty Minecraft bei Friedmeich und Willkommen Willkommen und Willkommen. Meine Fresse. Punch in your face. Wir waren ja letztens meinen. Lange meinen. Lange lange meinen. Ja aber das ist schon ein bisschen her. Also das meinen kam ja davor. Wir haben ja aufgehört in dem Punkt wo wir hier draußen waren. Also ich zumindest draußen beschäftigt war und der Kuchen aus Lack in der in der Hölle war. Und sich auch glaube jetzt demnächst mal an dieses verkommerte Etwas, das man sich widmen möchte. Nennt sich Haus. Landschaft Badaboom. Ah ich hab sogar noch ein Steak Dirt dabei. Ein Steak? Ich hätte hier viel geben können. So. Guck ob mein kleines Radio noch da ist. Die Mucke. Ja da steht's noch. Oh Gott. Schmeißen wir das Radio an. Oh. Wie viel Sand haben wir denn? Hä? Holy shit. Ich habe auch noch drei Stacks. Ah. Ich bin ja hier bald fertig mit meinem Ausgrabungen. Ich bin eigentlich fast fertig. Was haben wir denn hier noch so? So. So. Jetzt habe ich Golddust. Ah ja erstmal hier. Unser Generator muss hier angeschmissen werden. Wir müssen uns auch mal in diese Richtung weiterentwickeln. Kann man Bücher verbrennen? Ich weiß es nicht. Man kann Leitern, man kann in allem Bücking-Scheiß eigentlich fast verbrennen mittlerweile. Mittlerweile kann man jeden Klimbim vernageln. Oh das Holz brennt so schnell weg. Oh. Ich habe was auch immer irgendwas gefunden. Äh. Haben wir nicht irgendwo noch Holz? Achso. Hier so ein Redwood-Gedöns. Äh. Ich habe gar nichts in dieser Hinsicht. nicht. Ah, ich hab noch was. Doch, ich hab Holz. Orak, Orak, Holz. Keine Ahnung. Ja, das hab ich auch noch on-mast hier. Aber ich meine dieses Redwood. Nö. 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 Hab ich nicht. Ist leider heute nicht im Angelo. Bam bam bababam. Die Minecraft Melodie übertönt das kleine Mikroradio hier, ne? Ehrlich? Ja. Hä. Aus mit dem Radio. Mal ganz kurz um die Options hier gehen. Minecraft Melodie ein little bit leiser. So. Und Radio ab. Ah ne, mach mal aus. Hä, warte, warte jetzt nu. Ah, aus. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich hier Wasser rein bringe. Wie ich das hier wieder anständig loote. Tja, viel Spaß, ne? Ah, wer die armen. Ist das eigentlich schon in der Version, wo das mit dem Wasser so klappt? Äh, ne, das war in 1.5 gibt es noch hier in 1.4. Ach, scheiße. Ich hab ja hier mega seltsam zu stopfen irgendwie. Ah, ich glaub ich brenne mal ein bisschen Glas. Oldschool Style im Ofen. Und ich hab ja auch noch Glas. Klar, ich hab noch nie Glas geboren. Drei Glas. Ein Glasblock. Hier überall verstreut in den ganzen Öfen. Schwimm. Äh. Hey. Ah. Hier nochmal hier ins Deck. Barack. Stark. 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 Stock, Bro. Ein bisschen Kohle. Aber 24 Kohle, kann ich nochmal verschiffeln hier. doch schon viel länge hält aber gut okay jetzt runter so dann bräuchte man war einmal ja er haut jetzt hier rein du kommst hier mit feuerzeug an was ist davon eisen alles eisen das in der mitte da bei den barren in der mitte er kann da reißklick drauf machen sie ist ja eisen jetzt musst du nicht draufschlagen gibt ein ganzes deck ab und wenn du schifftest und dann drauf schlägst gibt es immer nur ein ab für einmal brauche ich drei ne ich mache mir aber drei und zack und klatsch so hier ist immer noch was drin aber es ist immer was zu gucken kann wie du kräftest ja das sogar noch der extraktor drinnen extraktor willst du dir nicht mal irgendwann kräften oder ja ich vielleicht nur bis ja war ich denn irgendwo noch gummi weil das müsste ich noch fehlen ich musste irgendwann mal so maschinenraum machen ja irgendwann müssen wir uns mal in die ticket richtung weiter gehen also fdb richtung und co mein ich ja jetzt nicht so mein grund normal ja ja aber fdb geht ja in ganz vielen verschiedenen richtungen i don't knoff i don't knoff zum beispiel elektronik ist glaube ich mal zehn prozent von vdb 20 also industrial kraft die prozent knapp was kommt genau b 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 kappenstern kann ich dir nicht anbieten aber über 13 drinnen dafür schon wieder dunkel ist gar nicht mehr die weil die insel so beleuchtet war doch noch ein bisschen kappenstern wir noch was wird dafür ein leeres alimentar mir etwas schwierig wird hier draußen die zombies knarfen hier noch ich denke mal dieses loch das müssen wir anders weit ich wahrscheinlich mal stopfen das ist ein wassergraben ja wassergraben oder ist ein creeper auf deiner insel mehr creeper ja feindes creeper ich glaube das ganze findet dann mal off topic statt das wasser fixen hier ich will das so grob mit wasser überall stopfen aber aus dem jahr der moses langgang ist und hinter dessen vom lieben ich komme sie mir noch da was ist denn da hin hast mir angst ich stelle das radio näher oder was das ist angemacht ich höre das auf der anderen seite der flussseite nicht mehr ist immer noch die gleiche serie drin das muss irgendwie aufs dach gelangen ich höre jetzt habe ich das wasser kaputt gemacht da oah scheiß gelett nur schießt mich so halb vom dach hier runter gehst du weg schießt euch Von dem Scheiß bekommst du ja fast einArchond. Du glaub, ne 않고. Naja. De 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 de. De 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 de. Hah. Ach so scheiß Ort. the psor. so dann haben wir es hierbei mit wasser geschafft der dachdecker kuchenkasten jetzt war skelett haust du ab meine fresse geh weg also nun wollen ja ich kann ja nicht ordentlich dach decken wegen diesen scheiß krüppler unten nein schießt jetzt nicht vom dach das war ich das bleib wo du bleibst du bleibst ja gut gedeutscht bleib wo du bleibst nein nein gut ein so let me in ruhe haben wir eigentlich schon alle rohstoffe gebrannt und so hat er dich runter genug ja so wasser wasser ja auch so ein dummer baum ich habe hier so ein dummes wasser ein dummes wasser das ist eigentlich geplant irgendwann mal 1 5 von fdb hier ja kommt drauf an wie die mods immer mitmachen wir wollen mal schneller mitmachen das machen wird zumindest kriegen die modmachers schneller hin mal guck mal guck dir mal meinen Schuh an mein Schuh 156 dann weiß ich wie viele Leute dran sind weiß nicht weiß nicht nach meiner Information durch 15 Stück 20 weiß nicht genau und kriegen da grad mal so ein paar Pferde hin äh ein paar Teppiche und eben halt ein bisschen so ähm GUI ne aber die modmacher sind alle einzeln guck dir most creators an der hat 50 verschiedene Tiere drin und bringt auch pro update immer so seine 5 oder 4 neue Tiere rein der konzentriert sich ja nur auf das die minecraft die Entwickler die konzentrieren sich auf viel mehr haben wir viele Probleme mit Minecraft ist doch so Bad Buggy Spiel